So, mit einem weiteren Start geht's wieder in die Folge 91 jetzt rein. Oh, dann bekommen wir wieder Beschuss. Owa. Du wolltest uns töten, jetzt hab ich dich getötet. Muhaha. So, wir waren jetzt eigentlich in der sehr Höhlen-Tour hier und ich hab jetzt so gesagt, wenn wir das hier dann leer haben, werden wir uns nach Hause begeben und schauen, wie weit die Turtles denn sind. Denn ich brauch nämlich eigentlich nur Material, sprich ich brauch noch ein bisschen Kupfer. Aber ich brauch noch Eisen, also ich brauch viel Material, damit ich zumindest ein Low Voltage Solarpanel bekomme und dann immer ein bisschen höher komme, immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. So weit, dass wir dann irgendwann durch die Jumetta ein bisschen besser händeln können. Jetzt wird uns vielleicht noch gleich was in den Rücken reinfallen, oder auch nicht. Uran ist nämlich auch ein gutes Stichwort, da müssen wir mit der Tonkraftwerk auch noch was anfangen, deswegen buddeln ja auch gerade die Turtles. So, hier ist nix mehr. Oh, warte mal, das nimmt man mit nicht mehr. Das ist immer gut. Vielleicht gehen wir jetzt hier noch lang. Ah, hier sind ja auch noch Schienen. So, nochmal drunter frei, dann kann das Wasser auch wegbuddeln hier. Hauptsache Schienen. So. Vielleicht ist dahinter was. Vielleicht kommen wir da bei einem anderen Tunnel raus. Wäre ja gar nicht so schlecht. Gut, dass ich mir noch ein Pack gemacht habe, das ist ja fast schon wieder voll. Kommen wir da irgendwo raus? Ja, da kommen wir irgendwo raus. Oh, hallo. Hallo. Wollen sie nicht sterben? Dann tun sie es jetzt. Da unten ist viel Obsidian. Oh hier, was ist denn hier los? Oh, hier ist ein Lavasee. Den könnte man, den könnte man komplett hier ausrotten. Das wäre ja gar keine schlechte Idee. Ein bisschen Material hier noch einkloppen. Nein. Das nehme ich noch per Hand. So. Und dann holen wir uns hier die Lava doch weg. Warum nicht? Dann ist diese Lavasee wenigstens weg. Ähm, dicht tauschen wir mit der. So, und nächste Zelle. Da, 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 da. Das machen wir doch hier. Da kriege ich doch keine Gnaden vor. Andererseits können wir dann hier durchschreiten. So. Vielleicht kommen wir auch hier mittlerweile näher und näher und näher und näher. Da, genau, da braucht er jetzt schon ab. Oh. Firefox wollen ein Update haben, ja. 25. oder was war das für ein Update? Komme ich jetzt aber nicht drauf zu. Ich muss 2, 2, 5 oder so. Naja, ist auch egal. Mach ich später, wenn ich hiermit fertig bin. So, jetzt können wir hier nämlich noch das Wetzter abkloppen. Anders ist es ja gut. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das können wir später für Magie benutzen. So, und hier weiter einfach hier kloppen. Dann hätten wir nämlich die Lavasee weg. Und wir hätten Lavazellen. Und ich komme auch noch an das andere Material hier. Muss jetzt natürlich aufpassen, weil ich jetzt keine Lavakülle in der Nähe habe. Beziehungsweise ich mache mir mal jeden Eimer Wasser hin. Oder zumindest, dass das nicht wegkommt. So, 2, 6 haben wir schon mal. Nice. So, jetzt kommen wir hier auch immer näher. Jetzt gehen wir noch hier runter einmal. Irgendwo ist so ein Skelett, wo ich Angst wieder vorhabe. Dass mir das gleich irgendwo reinstürzt. Hier unten ist es aber ziemlich heiß. Oh, erst mal ein Bad nehmen. Ach, Gär. Wenn das mal so wäre. So. Aber wenn das nicht so wäre, dann müsste ich jetzt hier erstmal alles wegkloppen. Boah, aber zum... Aber es ist aber krass groß hier. Jetzt müssen wir uns hier eine Pumpe hinsetzen und das hier einfach wegpumpen. Das wäre auch keine schlechte Idee. So, dankeschön. Und... der letzte Stack. So, guck mal, wie werde ich da noch kommen. Weil meist sollen auch Diamanten unten drunter noch sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich kann es auch nicht voraussagen, was da drunter vielleicht noch ist. Oh. Oh. Tsch. Ah. Und es stürmt draußen hier. Uhaha. Nein, bei uns stürmt es gerade draußen. Die herbstliche Jahreszeit, beziehungsweise die winterliche Jahreszeit ist ja angebrochen. So. Komm schon. Wir hoffen, dass es nicht gamerfrei... Also, dass es gamerfrei ist. Aber ich glaube mal nicht. Die haben ja alles in Griffel genommen. Jede Musikrechte haben sie ja sozusagen für sich selber angenommen. Da kann man nichts mehr summen. Da kann man nichts mehr singen hier. Noch nicht mal den Ententanz. So. Mit dem Ententanz würde ich sagen. Zack, zurück. Guten Tag. So. Und da wir zurück sind, werde ich hier die Monsters wieder ausschalten. Jip. Nice. Das war eine geile... Mientour. Öh. Ich habe eins vergessen. Nein, da gehen wir wieder zurück. Hallo. Kann mir jemand den auffüllen? Danke. Dann brauche ich wieder einen Wassereimer. Wenn ich zumindest ein Wasser in Reserve habe. Das steht fest. Plopp. Wie viel bist du? Ja, das ist gut voll. Das ist auch gut voll. Kohle habe jetzt gerade keine in der Hand. Die tauschen wir mal schnell. Damit ich Kohle habe. Hier ist ein volles Stück. Warum denn nicht? Wie viel hast du? Du bist fast fertig. Dann bekommst du in uns der Kohle. Bitteschön. Ja. Schmeißen wir uns noch ein Schnittchen in den Magen rein. Und dann können wir wieder hier alles rausschmeißen, was wir nicht brauchen. Aber erstmal die Schienen verballern. Da sind noch mal Schienen. Nice. Wir könnten noch ein paar Schienen hier hinsetzen. An diese Stelle. Müssen wir ja sowieso dran sitzen. Das heißt, hier vorne kommt die Haltestation. Dann brauchen wir hier... Ja, warte mal. Wir setzen die Haltestation da hin. Dann brauchen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Ach, geh 5, 1, 2, 3 Haltestation Und dat 4, 5 Die komm ich später da dran Dann kommt wieder der Dampf direkt da hin Ja, das passt 1, 2, 3, 4, 5 Gut, da haben wir nur noch 18 entschieden Aber ich sag mal so, dann haben wir wenigstens diese Strecke dann auch bald fertig Und dann kann der Dampf von da hier rüber geschossen werden Dann tun wir die Restlinien noch eben da unten irgendwo hinsetzen Und dann kann das bald hier auch laufen Zumindest immer so ein Stückweise Wie viel beweite ich die Schienen verlege So Das ist doch geil Jetzt nimmt langsam alles so Fahrt an So Tukanweise nimmt es Fahrt an hier So soll es auch fast schon so sein Ja, Lava, hier können wir einmal hin Warte mal, das kann erstmal jetzt alles weg Jetzt werden wir erstmal das sortieren Und das kann raus Das kommt irgendwo hin Das ist ein Monster Hier haben wir noch einen Zombie-Kopf Den tun wir jetzt hier schön hier hin Dann, was haben wir noch? Pilze, Köpfe, Knochen Und die haben wir Die können hier irgendwo hin Da Und das hab ich noch Das muss ich jetzt gleich alles erstmal sortieren Ähm Das kommt weg hier Das kann direkt da Pilze sind zu essen da Der Bogen kann mit dem Bogen zusammengebunden werden Warum nicht? Warum nicht? Das ist doch gut Die Pfeile kommen ins andere Bedpack Da Da kommen die Pfeile rein Dann können hier die Kisten rein Hier, Kisten hab ich doch da drin So, hier kommt das ganze Material rein Was ich so gefunden hab Dann Hab ich Genau, da kommen die Die Dinger rein Dann tun wir das Brauchen wir nicht Was haben wir denn hier Zinn, Aluminium Kupfer und Gold und Eisen Das werde ich mal gleich auch irgendwo ansetzen Schauen wir mal wie weit die Turtle Lirellas hier sind Die arbeiten noch Oh, die haben schon mal abgegeben Dann müssen wir gleich beeilen uns die leeren Machen wir gleich schnell in der nächsten Folge Äh, das Das hab ich glaube noch nicht einsortiert Die Slime-Bälle Schleimbolts? Nein Schleimbolts hab ich noch nicht Komm hier rein Knochen Fäden Und Verrottetes Fleisch Gehner dich nicht Oh, da müssen wir die schnell ab Und das geht nicht Das muss leer werden Weil ich werde im Spätrumverlauf Dann hier, weiß ich nicht Endertrun oder sowas benutzen Muss ich mal gucken Weil es ist eigentlich relativ einfacher Mit Endertrun zu arbeiten Für die Turtles Weil die können dann direkt In System reingepumpt werden Das muss ich natürlich machen Werde so Das unnötige Zeug hier Ah, warte mal Wisst ihr was? Ich hab da glaube ich noch irgendwo zwei Truhen sitzen Oder ich hab zumindest noch Truhen irgendwo hier rumfliegen Kommen die jetzt gerade hoch? Nein Beeilen, 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 beeilen Das machen wir noch schnell Äh Vier Truhen Ähm So So Uh, nicht darunter So Du kommst doch nicht hoch Gut Und hier einfach drunter sitzen Fertig Einfach gemacht Besser ging's nicht Besser und einfach schneller ging's nicht Hier ist ein bisschen Material angekommen Da ist ein bisschen Material angekommen Das heißt Das werden wir hier rauskloppen Dann nehme ich hier raus Der Rest Schritt kann jetzt mal drin bleiben Und das hier Oh, Kweep hat auch geknutscht Gut Dann werden wir noch eben das Schießpulver wegbringen Das Schießmichtpulver Ähm Wo haben wir es denn? Da ist es Gut Damit wir sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dahin Euer Flash und Alp Und Tschüssin Tschüssin